Nach der Black Bay 58 gibt es jetzt den Black Bay 54. Einmal ist das ein 37mm Design, was sich gar nicht so trägt. Die trägt sich richtig gut und ihr seht es hier auch am Handgelenk. Warum 54? Weil die Uhr Oyster Prince of Marina aus 1954 inspiriert ist. Sehr, sehr nah an dem Original mit der Krone, die Lunette ohne die 15 Minuten Intervalle dabei, mit dem klassischen Armband, mit den Nieten.